Nur noch wenige Tage dann ist es soweit. Deutschlands Social Entrepreneure folgen dem Ruf des Social Impact Lab Duisburg und kommen in den Pott. Gute Ideen brauchen starke Promotoren. Deshalb freue ich mich ganz besonders auf einen Mann, der die Social Entrepreneurship Szene prominent unterstützt. Hallo, hier spricht Eckart von Hirschhausen und ich möchte euch neugierig machen auf den Social Impact Summit, auf den Ruhr Summit. Das ist am 19. und 20. Oktober in Dortmund die größte Veranstaltung für Start-Ups für innovative, sozial engagierte und neugierige Menschen. Also für dich. Es kommen tolle Keynote-Speaker, es kommen internationale vorbildliche Start-Ups und es fanden tollen Netzwerktreffen rooftopmäßig statt. Also, dabei sein ist alles. Social Media kannst du vergessen. Dabei sein heißt echter Teilnehmer sein und Leute kennenlernen, wo du sagst, Mensch, das war die Idee, die die Welt gebraucht hat und die uns alle nach vorne bringt. Ich selber werde über meine Stiftung Humorheft Heilen sprechen und darum, warum Stiften glücklich macht. Also, seid neugierig und kommt alle! Zuhause dabei sein können. Neugierig und ich werde bei Mahsaal auf die Regeln sehen. bei Mahsaal. Bei Mahsaal